Für mich ist es interessant, beim Eker zu arbeiten, weil ich die abwechslungsreiche Arbeit habe und recht herumkomme. Eine Fehlbesetzung in meinem Beruf wäre definitiv, wenn ich im Büro sitzen und die Büroarbeit erledigen müsste. In meiner Freizeit sitze ich am liebsten auf dem Töff und verbringe Zeit auf dem Töff oben. Ich heisse Nicola Kubli und arbeite seit 10 Jahren mehr lecker als shopper.